Guten Tag, liebe Kollegen, Mitglieder der Gewerkschaft IG Metall. Mein Name ist Pablo Morris. Ich bin ein chilenischer Soziolog. Ich bin 1974 in Berlin geboren und es ist eine große Freude für mich, diesen Solidaritätsgrüß mit Ihnen zu teilen. Ich werde jetzt in Spanisch sprechen. Guten Tag, meine Damen und Herren, miembros des Sindicato der Industrie des Metall und IG Metall in Deutschland. Ich bin Pablo Morris, Soziologo Chileno. Ich bin 1974 in Berlin, in den Zeitpunkt der politische Exilie von meinen Eltern. Es ist ein großer Glück, dass ich diesen Solidaritätsgrüß mit Ihnen, in der Niveau an Gelegenheit, die von der Verlusten, in den Fallen von den Zitzen geplanten, auszuliere die Wahlen umf заплатen. Ich bin in der Verlustenstädte der Verlustenstädte, in der Verlustenstädte die Wahlen zu verabschieden. Ich bin kündig, die Mein Name ist die Verlustenstädte, Ich bin l ماher, die Verlustenstädte, die in die Verlustenstädte, in der Verlustenstädte, die Möglichkeit auf die Verlustenstädte, in der Verlustenstädte. Esto incluye relaciones laborales justas y equitativas, acceso a oportunidades de formación y desarrollo de competencias, trabajos que contribuyan al bienestar y a la calidad de vida de los trabajadores y sostenibilidad medioambiental y comunitaria. La lucha que ustedes están dando es una contribución a las condiciones del trabajo decente en Alemania y en general a nivel internacional. Les deseo éxito en su negociación colectiva, un fuerte abrazo y que producto de la negociación que van a iniciar se logren mejorar las condiciones laborales de todas y todos ustedes. Un abrazo, éxito y mucha fuerza desde el sur del mundo, desde Chile.